Hallo, herzlich willkommen zum Eberl Wintergarten Blog. Aus gegebenem Anlass wieder, wir haben am 2. bis 8. Mai unseren Park der offenen Tür. Wir feiern unsere Neueröffnung von der Ausstellung. Was ist für euch zum sehen? Ab über 1000 Quadratmeter, alles zum Thema Wellness, Sommergarten, Wintergarten, Outdoor Living, Grillen, Heizen von Außenflächen und 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 und. Also freut euch richtig drauf und besucht uns in der Open Week von 2. bis 8. Mai. Wir haben unterschiedliche Veranstaltungen hier. Wir haben am 3. Mai haben wir Live Cooking Grill mit O4 Wir haben am Sonntag, Samstag haben wir einen Wellnessberater da zum Thema Outdoor Living Wellness. Dann haben wir am Sonntag noch Garten Landschaftsbau Winterflorian da für das Thema Pool. Das zeige ich euch alles in der Ausstellung. Wir haben wirklich tolle neue Sachen drin, wirklich Sachen, die man noch gar nicht gesehen hat. Wir gehen mal rein in unsere Ausstellung. Wir haben hier eine große Glasschiebewand, 4,88 Meter Höhe, Automatiktüre. Das ist ein richtig tolles Teil, 700 Kilo Türflügel. Also ist schon mal beeindruckend. Was zeige ich euch alles? Wir zeigen uns hier Sommergärten in Holz, Aluminium, Drehschiebeanlagen für Balkonverglasungen. Auf der anderen Seite haben wir Aluminium Sommergärten mit Schiebeanlage, mit Verschattung, mit Insektenschutz. Hier natürlich das Thema, was einem Bacheln gut gefällt. Es ist praktisch Fische, Vertical Greening haben wir gemacht. Das ist ein ganz tolles Projekt geworden und gehört einfach zur Gestaltung des Ausstellungsraums dazu. Wir haben hier ein Lamellendach von der Firma Varima. Elektrisch auffahren, drehend, senkrechtes Krümmerküchen, Outdoor-Küchen. Dann haben wir hier auf der linken Seite beginnt ein Holz-Aluminium-Wintergarten, gefolgt von einem großen Aluminium-Wintergarten. Hier haben wir wieder ein Sommergartenprojekt mit einer kubischen Dachform, mit Unterglas, Markisen, Senkrechtverschattungen, Licht. Wir haben hier Outdoor-Heiztische drinnen. Das ist eine ganz geile Geschichte, wenn man einen Tisch beheizen kann. Unterschiedliche handgemachte Manufakturtische, von Alt bis Neu. Wir haben Grills in unterschiedlichen Varianten, von Ophyr bis Flammkraft. Wir haben hier Poolhäuser, Saunen, Outdoor-Liebing vom Feinsten mit Bodenbelägen. Alles, was man sich so vorstellen kann. Darum würde ich mich freuen, wenn ihr die Open Week nutzt. Kommt zu uns ins Haus von 2. bis 8. Mai. Ich lade euch herzlich ein. Dankeschön.